So was ist das ja eigentlich? Das ist League of Legends Bist ein Joke, Alter Oh, ich hab dich dran gesehen Ja gut, Alter Normale Leute machen auch einen Countdown 3 Ok, 5 4 3 2 Ok, 3 Nein, du machst es raus Wir sind Professionals, sind wir, Erik Ja, ja, ja Hey Leute Und damit herzlich willkommen zu einer League of Legends Aufnahme Ich bin Palkart, das ist der Erik Und dort spielen wir Blue Botlane Ja Den hab ich rasiert, oder? Ja, 3 3, ja auch immer 3 Ok, 3 3, merk ich bin Professionell, ich bin 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 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 6 7 5 5 5 was kriegt denn ok, wir spielen gegen Sona und Kogma Kogma, Kogma das heißt Kogma, war schon richtig ja 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 ich versuchte zu graben und immer so damage machen ja ja, ich probiere es das ist übrigens so mein mein Vorbild ich will später mal so gut sein ich will auch später mal main support werden als eddie können als support bin ich als eddie ich sehe vorne was auch ein Scheiß so heftig entschuldigt, das stimmt, aber ich ist so das aber nicht sehr gut haben, 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 haben den habe ich auch wieder aufliegen mit der und gilt sie nicht ja, ja, easy, fast blood das war schon mal mal wie Angst haben von mir die sind das dort es werden bestimmt sei jetzt und ja, es ist nicht frei, es wird sich sehr los nicht so Abi nice oh man weil ich habe fast so viel fahren wie er und er ist platin 1 oder so nach egal, aber er war platin 2 glaube ich den kannst du in Tower laufen lassen ok weil es verblieben wie hier unten Minion ich sehe vielleicht oh den hätte sie machen sollen wenn ich immer davon aus dem was macht die wie ich euch die machen angreifen du warst ja ich sogar dran dann hätte ich direkt danach hätte die gelten Auro ach so so es ist eigentlich nicht nur wie ich würde den großen Minion Krieg sind ja oh ja als das gesehen ja oh ich wollte es cool machen und da sind Leute Schaden macht ich war dass die eine q er hat mir jetzt gedacht okay jetzt können wir nicht mehr hakenkarte das war schon mal hier vorne an er hat durch diesen weg zu breit gut habe ich gesagt dass man schon hätte ich dann kann zu den auch können oder auch nicht mal ich habe auf den anderen gezählt ich möchte nicht bekommen die ganze der tasse sollte mir unbedingt auch gewöhnen ach jetzt weiß ich wieder meine mausse dem ich bewegt deswegen macht es immer ja was ja ich komme sofort ja okay er hat gekocht ich hab's gesagt Prozent 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 ich weiß nicht in den Tick also Frank Rösser den Recht verlockt aber ich kann nicht bringen in der Aufnahme zu fressen nebenbei zufrieden die Königin für der Bollehr die die Fülle 3 Prozent der der City hat so gut nachher so ein Hunger das geht wird nichts ja ich kann nicht ganz so triern oder das geht schon wieder so los weg 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 da 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 ich habe nur 30 ich habe zehn von weniger als er ist voll gut älter und müssen warten jetzt gleich und im Tower den hier muss ich zweimal anhütten also direkt an der Tür steht vorne das ist doch sehr schön auch einmal ja ich habe ich habe ich habe wahrscheinlich aufgepasst eben wenn wir ihn hier anhalten ja gut den da machen ja das hat richtig gut funktioniert ja gut hast du habe ich einen bekommen da 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 das ist gar nichts überhaupt gar nicht wir wissen wie man oder die Hälfte die haben hätten dürfen ja füllen wir doch gerade auf ich glaube ich gehe gleich ehrlich AFK Das Wort. Da da da. Lass mich nicht pushen, jetzt muss ich rausgehen hier so ein bisschen. Seht ihr den Minion an? Oh. Oh, jo, ich treffe gar nichts. Alter, ich mitte den Typen jetzt. Das ist normal, alles. Ey, wie geht das? Man muss da irgendwie auf diese Sprechblase auf Tab klicken, ne? Ja, da haben wir noch auf die Sprechblase und wenn das ein Grauerkreis ist, dann ist er weg. Okay, das ist nochmal bei Lukas machen. Das sind gerade Lane. B. Ey, Kuma nicht. Na, folgendes ist noch, oder? Ja. Auf, wohl. Da waren, da waren, da waren, da waren. Na, wohl vielleicht nicht. Ja, okay. Damit hätte ich rechnen können. Gut. Sehr schön, so nah. Direkt ins Sidestorm. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht bringen und mir die Fangkuchen holen, oder? Doch, why not? Okay, ich bin gleich wieder da. Alter, das ist voll klein easy. Ja, vielleicht ein bisschen leider noch nicht, dass man Online-Games nicht pausieren kann. Deswegen, jo. Ja. Sieht hier einfach noch nicht fertig, Alter. Ich raste aus. Das ist so. Du Rinds und Jungler, no Flame, no Problem. No Problem. Jetzt vielleicht nicht mehr nach vorne gehen dürfen. Ich hab zwar gesagt, du sollst nach vorne kommen, aber ich wusste nicht, wie ich Leben du hast. Hast du noch hier? Mhm. Das hätte sie benutzen sollen. Ja, du lachst mir beide Kilds bekommen. Dann haben wir die Augen zu, du musst sagen, was ich mache. 13 Grad nach links. Rechtsklick. Und die Sona flägt deren ja so und wir im Level 4, nee, 25 Kedlin. Oh Gott. Ich hätte man schon austauschen sollen. Ist echt so, Mann, Alter. Die ist so schon, die kann ich auch heftig schlauen und die Level 6 kann ich auch so stammt. Wenn es denn so vor sich hat zum Tauer. Nee, du kannst schon noch vorne bleiben, du musst halt ein bisschen aufpassen. Na, trefft mich trotzdem, wenn die Minions von mir sind, oder? Ja, aber das geht auch nicht an Antifight. Und jetzt haben wir echt mehr Minions, also. Oh. Und jetzt haben wir auch noch ein paar Minuten, die können uns jetzt immer da drauf schießen. Jederzeit, und wir sind noch nie Level 6, also sollten wir die auch nicht falten. Okay. Aber du sollst schon noch hier fahren, ne? Ja, ja. Wir sollten ehrlich nicht falten. Jetzt bis zurück. Jo. Gut. Wie auch nicht das Ding einfach noch trifft. Vorsicht, der kann so Geschosse aus der Luft schießen, dann bist du auch gleich rück. Du solltest in die Base gehen einfach. Okay. Bring nichts mit so wenig Leben hier zu stähen. Du liest viel mehr Minions und stirbst vielleicht sogar. Ja, der hat doppelt so viel fahren wie ich. Holy shit. Welche Worts sollte man sich am besten kaufen, diese pinken oder die grünen? Gar keiner, so ähnlich. Vielleicht solltest du jetzt lange loslaufen. Kannst du hier ein rotes holen. Und das ist dann irgendwann auch schon, aber das solltest du gerade nicht machen, weil weh ich schon in der Lane behind sind und jetzt auch keine pinken Worts gerade brauchen. Ja, das war gut, aber wir haben genug Gruschen über die Leute. Ihr meint, ist Lukas komplett am eskalieren? Alter, diese Riven, ne? Hä, ist unsere Riven nicht der Ziemannspieler? Da legt man einmal meine Blau rein, denkt, dass sie ein bisschen korrekt werden. Halt wieder. Ja, das ist doch der Di-A4-Typ. Erik? Mein Game steht schon wieder ab? Nein, lol. Erik? Kuhl. 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 So, Platin-Spieler. Kannst du pushen. Das ist echt eklig. Geh mal jetzt Rome. Durch Granger. Wahrscheinlich weiß ich, was das ist, oder? Kannst du eigentlich, hättest du eigentlich fortpushen können. Kuhl. Ja, ich kann mal jetzt kannst du pushen ich glaub so ein so was aufkommt für die aber besser für uns ne Game immer fair halten ich glaube dass man kriegt den Tauern noch nicht wohnen so ist es auch die Uhr vielleicht pushen und dann wenn du 1500 Money hast in die Base gehen hast du schon ne so was wieder da ähm ich habe 1300 naja dann bleibt noch eine Waffe aber bleibt am Tor Leul Lugas der Player er hat ja richtig die Pläne raus hier er denkt auf Intimini die ganze Zeit auf glaube ich ja uh dank dir spiel ich Leute PS bin realer Freund von 6 Ok wahrscheinlich auch in der Aufnahme oder oh leul ich komm baut vorsichtig ne du wirst gekillt wenn die noch nicht rankommt bleiben wir mal im Tauern stehen jetzt ich steck mich einfach dahinter du verlierst gerade eh keine Minions aber ich wenn die jetzt reingehen soll jetzt gleich N-Gage mir glaube ich gut es wird aus ihr D-D-D wo wir kommen ich auch nicht und die Prozent der Haare machen das ist es schwierig nun hast du das neue Kind Bord Bates und worden Fortschritte nicht in Tauern sollen Leute überlebt sich hier Prozent der Kibbeck und an sich ich war gut hier noch geht ich habe euch noch mal blockaut attacken können wirklich heute aber habe ich ja auch die leute hier so von ich in 07 neue anders denn der fremden du bist dann ist das richtig denn das freustig hat so richtig dass ich die ganze Zeit fertig machen oh man so von denen steht einfach am besten bei den Pinkwood ich kann ihn glaube ich wieder grabben oh 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 got it oh fuck stop kill me noob i first game yazu es ist Lukas du noob auf jeden Fall okay der Typ macht halt später richtig viel Schaden im 101 das ist so ein hyper carry kopp mal ja okay der kommt aus norm so kommt man zu fokussen guck mal guck mal guck mal guck mal jetzt sehen da oben je nach unten 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 du hättest nicht pushen aber gut eigentlich weg zu gehen wenn er dich gekillt weil ich glaube ich kann mir schauen wirklich kann man die und für die hälfte holen und so nach drei kills das kommt oder auch nicht meine kühler durch und dann aufpassen der typ kann ich immer können vielleicht kriegen die mindestens auch nicht mehr als vielleicht ein tauch noch holen können ja lieber ein bisschen safe spielen ich bin eh schon mal gestorben ich bin nicht gut wann soll ich die schuhe eigentlich fertig kaufen so ungefähr nach dem ersten zweiten item oder so oder halbwahn ich brauch wovon du brauchst vielleicht also meistens habe ich die wenn ich mir mein komisches 1100 item hole jetzt danach was du dir jetzt holen würdest weißt du bei angriffstempo dann brauche ich die so meistens nebenbei fertig einfach gucken wie viel geld du hast wenn du direkt schade ich stift schade ich mir mal dass du level 25 bist jetzt fahren wieder den hier den oh nice Schreib mal Level 10. Oh, die wollen fighten mit uns. Das ist ja ein ganzes Team an, Alter. Das wird ein 2v2. 2 Greifern, 3 Finale. Jetzt läuft weg, kein Problem vor der Leiche. Oh, kannst du ihm helfen? Ja. Oh, da kommt wieder das ganze Team. Soll ich einfach gut falsch schreiben oder soll ich das lieber nicht schreiben? Ja. Danke. Ich merke schon. Ja, die lebt. Ja, ich habe auch noch die Sini nicht. Oh Gott, der ist locker hier rum. Und das passiert, ich war gerade fanggeschraubend. Ich war grüß. Wo sind die man zu gehen? Okay, du solltest weggehen. Ja, soll. Mr. Jolo. Ich kann da gar nichts. Der Falle einfach unterricht. Fall unterricht, fall unterricht. Okay. Er ist einfach ausgewählt. Ja, okay, du sollst. Aber der ist sehr gut, wie den Kanzler nicht so. Immer den 80-Jährigen mal getroffen. Da war der Eerie greed on the way. Oh. 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 Wahrscheinlich noch heiß, die Pfannkuchen, oder? Heiß? Heiß. Der ist ja wieder die beste Aufnahme hier. Oh Gott. Ich glaube, der hat das Kack gemäht. Immer diese Noops, die sterben. Was? Lol. Oh, what? Da ist er. Oh. Nein. Oh. Oh. womit glaube ich die gegnerin wird 25 jäger bürgermeistern hat joh wird dieses wort einhalten nur beim schlafen weg doppelt so viele kippen schüttelt holi das ist ja so bringt ihr bald kein gold mehr wenn es immer weniger jährlich stirbt ja und wenn du halt nur stirbst und keine Kälte oder irgendwas bekommst dann das ist ja richtig neis eigentlich lol so wie wir die Bordling und sollte er so schreiben dass sie die Bordling gegen der Löffel sind sie verloren hat lieber nicht wird laufen okay aber laufen das ist ja sonst zu wenig die anderen sind jetzt bald wieder am Leben und da kommt Granger schon ich gehe zurück okay lass noch die Krabbe holen okay, warum nicht? lass, geh weg ich hab sie getrau... hab sie getrau... hab sie getrau... hab sie getrau... lag... 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 genau, vor allem mit deiner Montage ne? wahrscheinlich war das ein lag oder? hat er auf einmal nur noch ein 60er... äh schon ein 60er ping alter richtiger Hyping könnte ich gar nicht spielen mit sowas sch되는 ha 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 ha�青 chirpee die dieses Game so fun so intense ich stehe einfach positiv voll nice ich hätte jetzt mein Pinkboot noch stellen können eigentlich ist so Mensch das dann also am Anfang haben wir ausgemacht, dass wir eigentlich ein bisschen was erklären wollen aber ich glaube, wir fänden die Anzahl und kann man am meisten lernen und wie in die Sachen erklären wir auch LOL LOL okay oh, der hätte einen Autotech machen können den gönnt ich mir LOL oh, der wird gleich eh richtig mehr, ich seh's kaum Erik du scheiß Kaischer jedes Mal so richtig geil gut ja man, die Aufnahme mal wieder ja, Lukas steppt einfach super easy, das war ich ja, ich bin verreckt, ne? ja, okay, Lukas ist aber auch fast ja, ich hab einen Shutdown abgegeben ja, gut und jetzt guck Erik, wie sie das machen, sie holen Botlane und Toplane beides nur in Waves so muss das, so muss das sein in der LCS ja und jetzt holt ihr einfach, genau, einfach Tower angreifen du bist, Eddy siehst dazu da, um Objectives einzureißen okay jetzt hilfst du gleich den nach oben ah, den ulten einmal ulten 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 ich seh' niemanden na gg lord, die haben surrendered gegen Level 25 er surrendered schon hart oh, wie schön willst du den Aufstoff machen, Erik? tschüss tschüss jens? nein mhm es gibt noch etwas ich weiß, ich hatte schon mal ein Video von mir zur Anlage geguckt eh nicht, oder? du was? ja, gut auf jeden Fall wenn ihr bis hierhin geschaut habt schau mal Hashtag du musst ein Hashtag ausdenken was ihr in die Kommentare schreiben soll wenn ihr bis hierhin geschaut habt eehoh, alter Hashtag Botlane wenn ihr bis hierhin bisher geguckt habt schreibt in die Kommentare Hashtag Botlane genau da würde ich sagen, Leute wir seht uns bei einem weiteren Video haut rein tschüss 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 tschüss